Die 10 spektakulärsten Fußballmomente wurden Ihnen präsentiert von TV Movie. Mein RTL Unsere Themen im Nachtjournal. Jede Sekunde wird ein Kleidungsstück versteigert. Alle 4 Minuten ein Sofa. 20 Millionen Deutsche sind bei Ebay Mitglied. Aber das Auktionshaus muss sich harter Konkurrenz erwehren. Und Randale von rechts, Straßenschlachten und Übergriffe von Neonazis überschatten den Vatertag. Das und mehr bei uns im Nachtjournal. Die WM-Reportage. Zwei Stürmer, zwei Weltmeister, eine Leidenschaft. MTL-Teamchef Rudi Völler trifft DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann. Wenn wir Erfolg haben, dann war prima, dass er das gemacht hat. Sollten wir keinen Erfolg haben, war alles schlecht. Der WM-Gipfel Völler trifft Klinsmann Sonntag 19.05 Uhr. Der WM-Gipfel. Präsentiert von der Kronbacher Spendenoffensive. Mein RTL Es endet dort, wo es angefangen hat. X-Man im Kino TL gibt dir den Kick. Hier steigt die große Fußball-Warm-Up-Party. Das Original feiert die WM in Deutschland mit vielen Live-Acts. Michael und Grosch mit Football's Coming Home. The Boss Hoss und die FC St. Pauli Fußballer. Sportfreunde Stiller. Das ist die brandneue ultimative Chartshow. Die erfolgreichsten Fußball-Hits aller Zeiten. Montag, 20.15 Uhr. Die Freitag-Nacht-News Sehen Sie gleich. Let's Dance-Finale. Wolke Hegenbarths entscheidender Patzer. Der Bill-Film erschreckend gut. Und mit mir im Studio Charlotte Kalinder. Ja, bleiben Sie dran. Gleich geht ab. Wie sieht es aus? Die Freitag-Nacht-News. Die neuen Folgen. Gleich. Mein RTL